Also fürchtet euch nicht. Das zweite lautet, bitte sei nicht so gedeppert. Und das dritte und wichtigste ist die Liebe, die nächsten Liebe zueinander und miteinander. Und, lieber Heini, da ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, weil du möchtest oft daheimbleiben und musst trotzdem sehr viel fortgehen, habe ich mir gedacht, ich schreibe dir zu ihr, die eine Person alliert, nämlich ein Blues. Jetzt sind wir schon doppelt in der Nähe, nämlich den sogenannten Scheiß, den ich dann bloß. Ja, ich schreibe dir zu ihr, das sind die Blues, das sind die Blues. Ja, ich schreibe dir zu ihr, das ist nicht so gedeppert. Ja, ich schreibe dir zu ihr, das ist nicht so gedeppert. Und sing ein bisschen. Ich schreibe dir zu ihr, das ist nicht so gedeppert. Ich schreibe sich das sind dienicos apostles. Ich schreibe dir zu ihr, ich schreibe dir zu ihr, das ist nicht so gedeppert. Und bitte sehne sich deppert, herz' glaub' mir das wird deppert sein. Sie ist ein Sohn, die wüsste Ruhe, das ist nur nicht Ruhe, aber seit seit ist da Ruhe, ja nun ist da wirklich Ruhe, ja nun ist da wirklich Ruhe, denn ist da wirklich Ruhe. Und bitte sehne sich deppert, Bluuuut. Jo weiter klatschen, geht schon. Und das wichtigste gleich, ja das ist die Liebe. Ich wünsch' euch für Liebe, zu euch und zu den Nächsten. hoch als ich dig 복ge, hai halt sich Schmidt, ja das ist nur nicht, ja ja! Die siehste Schardt im Etauch, die siehste G rotate, die siehste Schardt im Etauch! Und wenn es in der Zeit immer das Liebe trifft, denn sie ist das Schöpste, den Arm, das Schöpste, den Arm los. Habst du dich jetzt verstanden? Hey, Flick hier! Nimm dich selber hier! Was ist das? Was ist das? Was ist das Wichtigste? Yeah! So, wie geil hier, wie geil hier! So, wie geil hier!